moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem video möchte ich euch zeigen wie ihr den god mode glitch machen könnt ohne selbstwiederbelebung ihr braucht dafür das neue perk leute das tombstone perk beziehungsweise grabstein perk natürlich braucht ihr auch den heli und ein molotov wenn ihr das dann alles habt leute dann macht das am besten wenn nur noch ein zombie lebt weil das ist wirklich am einfachsten ich gehe jetzt dafür erstmal in den pileup spot damit ich das ganze in ruhe machen kann und zwar leute ist das prinzip genau dasselbe ihr müsst euch mit dem molotov umbringen und kurz vorm sterben aktiviert ihr den heli ich zeige euch das mal in zeitlupe ich aktiviere den heli nämlich immer wenn er bei dem z ist also das goldene z neben eurer punkte anzeige und dann klappt es bei mir immer so wenn ihr dann tot seid leute dann belebt ihr euch nicht ganz normal wieder ihr benutzt einfach euer dreieck taste oder y taste und benutzt hat den grabstein perk wenn ihr das gemacht habt dann rennt ihr zu eurer leiche und belebt euch wieder das ist auf jeden fall besser als wenn ihr keine selbstwiederbelebung habt und auch diese 250 seltene schrottspart kauft euch lieber das perk das funktioniert genauso gut und ja das war's dann mit dem video leute ich hoffe ich habe das video gefallen falls ja lasst doch ein like da schreibt mir die kommentare und für all die die noch kein abo bei mir haben können das an dieser stelle gerne ändern ansonsten ciao und bis zum nächsten mal